Josef Ben-Essetscher Süßkind Oppenheimer war Haufaktor des Herzogs Karl Alexander von Württemberg. Nach dem Tod des Herzogs wurde Oppenheimer als Opfer eines Justizmordes aufgrund judenfeindlicher Anschuldigungen hingerichtet und sechs Jahre lang in einem Käfig zur Schau gestellt. Josef Süß Oppenheimer diente unter anderem als historische Vorlage für Wilhelm Haufs Novelle Jud Süß von 1827 und Laienfeuchtwangers Roman Jud Süß. Von 1925 die Nationalsozialisten nutzten die Geschichte 1940 propagandistisch für den antisemitischen Film Jud Süß. Leben Frühe Jahre Josef Süß Oppenheimer wuchs in Heidelberg in bürgerlichen Verhältnissen in einer angesehenen jüdischen Kaufmannsfamilie auf. 1713 bis 1717 unternahm er Reisen nach Amsterdam, Wien und Prag. Die Berufe, die Juden zur damaligen Zeit ergreifen durften, beschränkten sich weitgehend auf Handels- und Finanztätigkeiten. Der Landbesitz oder die Mitgliedschaft in Zünften war ihnen in der Regel verboten. So begann Oppenheimer erfolgreich, sich seinen Lebensunterhalt in der Pfalz als Privatfinanzierer zu verdienen. Auch das Eintreiben von Schulden gehörte zu seinen ersten Tätigkeiten. Mit der Vergabe von Krediten an verschuldete Adlige stieg er gesellschaftlich auf. Er sprang immer dann ein, wenn Banken sich weigerten, den aufwendigen Lebenswandel der Geldsuchenden zu finanzieren. Seine Kredite waren teuer, jedoch ohne zu wuchern. Als Finanzmakler und Bankier brachte er es schnell zu Wohlstand und Ansehen. Er arbeitete unter anderem für den Pfälzischen und den Kölnischen Kurfürsten. Bei einer Heiratsvermittlung im Auftrag des Herzogs Eberhard Ludwig von Württemberg lernte er 1732 in Wildbad dessen Neffen Karl Alexander kennen. Der unter chronischem Geldmangel litt noch im selben Jahr, er nannte dieser Oppenheimer zu seinem Hof- und Kriegsfaktor. Ratgeber des Herzogs Als Karl Alexander nach Eberhard Ludwigs Tod am 31. Oktober 1733 Herzog von Württemberg wurde, war Oppenheimer für ihn so wichtig geworden, dass er ihm einen weiten Entscheidungsspielraum in Wirtschafts- und Finanzfragen des Landes einräumte. 1736 wurde Oppenheimer zum geheimen Finanzrat und politischen Ratgeber des Herzogs berufen und stieg schnell weiter auf. Herzog Karl Alexander war lange vor der Thronbesteigung vom protestantischen zum katholischen Glauben übergetreten. In seiner vierjährigen Regierungszeit regierte also ein katholischer Fürstberaten von einem Juden ohne volle Bürgerrechte über eine protestantische Bevölkerung, was erhebliche Spannungen erzeugte. Um die desolaten Finanzen des Landes mit dem absolutistischen Repräsentations- und Geldbedarfe des Herzogs Karl Alexander in Einklang zu bringen, führte Oppenheimer zahlreiche Neuerungen im Sinne eines merkantilistischen Wirtschaftssystems ein. Er gründete eine Tabak-, Seiden- und Porzellanmanufaktur und auch die erste Bank Württembergs, die er selbst betrieb. Er besteuerte Beamtenbezüge und verkaufte gegen hohe Gebühren Handelsrechte für Salz, Leder und Wein an Juden. Daneben handelte er mit Edelsteinen, Edelmetallen, pachtete die staatliche Münze, veranstaltete Lotterien und andere Glücksspiele und vermittelte in Recht Streitigkeiten. Herzog Karl Alexander beschloss die von Oppenheimer vorgeschlagenen Maßnahmen und Reformen in absolutistischer Machtvollkommenheit, ohne die Zustimmung der protestantischen württembergischen Landstände, obgleich diesen nach dem Tübinger Vertrag, der auch als württembergische Verfassung galt, das Recht der Steuerbewilligung zugestanden hätte. Vor dem Hintergrund dieser politischen und konfessionellen Spannungen weckten Oppenheimers erfolgreiche Staatssanierung. Sein Wohlstand und seine rigide Geld- und Steuerpolitik bei vielen Landesbeamten und Bürgern, Neid, Hass und anti-jüdische Resetimas, Sturz und Hinrichtung als Karl Alexander am 12. März 1737 vermutlich durch ein Lungenödem unerwartet starb und damit der Schutz entfiel, wurde Oppenheimer noch am selben Tag vom Kommandanten, der Bürgerwehr, Major von Röder, festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Gleich nach seiner Verhaftung wurde auch sein gesamtes Personal verhaftet, die Wohnung versiegelt, das Vermögen konfisziert und private und geschäftliche Schriftstücke beschlagnahmt. Seine Wohnungseinrichtung sowie alle seine Wertgegenstände, soweit sie sich in Württemberg befanden, wurden bereits am 18. August 1737, ein halbes Jahr vor seiner Verurteilung, öffentlich versteigert oder verkauft. Am 30. März wurde er in einer Kutsche unter strenger Bewachung eines Generals. Von zwei Offizieren und 60 Drängern zuerst in verschärfte Einzelhaft auf die Burg Hohen Neufen verbracht, wo auch ein erstes provisorisches Verhör stattgefunden hatte. Am 30. Mai wurde er auf die Festung Hohen Asperg verlegt, wo er seinen Hungerstreik fortführte. Die Anklage lautete auf Hochverrat, Majestätsbeleidigung, Beraubung der staatlichen Kassen, Amtshandel, Bestechlichkeit, Schändung der protestantischen Religion und sexuellen Umgang mit Christinnen. Man warf ihm unter anderem vor, er habe sich an einer 14-Jährigen vergangen. Deren Jungfräulichkeit wurde jedoch von zwei Hebammen bestätigt. Die 20 Jahre jüngere Luciana Fischer, eine Christin und älteste Tochter einer vornehmen Familie, hatte mit Oppenheimer ein Verhältnis. Mit ihm wurde auch sie verhaftet und in neuen Verhören ausgehorcht. Als sie im Zuchthaus in Ludwigsburg am 14. September 1737 mit einem Sohn niederkam, gab sie die sexuelle Beziehung zu. Der Säugling starb um die Jahreswende 1737, 38. im eisigen Zuchthaus. Dem Vater wurden Geburt und Tod verschwiegen. Die ihm zur Last gelegten Frauengeschichten wurden rasch unter den Teppich gekehrt, als sich herausstellte, dass sich unter seinen Verhältnissen auch Damen der Ehrbarkeit befanden. Für andere Anklagepunkte, die auf anti-jüdischen Klischees beruhten, lagen keine Beweise vor. Die Verteidigung von Oppenheimer übernahm der Hofgerichtsadvokat Andreas Michael Möckling. Er verfasste eine Verteidigungsschrift, die nachweislich dem Sondergericht vorgelegt wurde. Das unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagende Gericht nahm sie jedoch nicht zur Kenntnis. Weil das am 9. Januar 1738 gefällte Todesurteil bereits vorher feststand, die Verteidigungsschrift wurde aus den Prozessakten entfernt. Sie war zwar zuvor aus einer Abschrift bekannt, doch erst 2011 gelang es dem Württembergischen Hauptstaatsarchiv das bis dahin sich im privaten Besitz befindende und deshalb unbekannte Original zu erwerben. Bei der Urteilsverkündung wurde auf Benennung von Straftaten und auf eine Begründung verzichtet. Das Todesurteil unterzeichnete Herzog Karl Rudolf der Vormund von Karl Alexanders minderjährigem Sohn Karl Eugen am 25. Januar 1738. Er soll gesagt haben, das ist ein seltenes Ereignis, das ein Jüd für Christenschelmen die Zeche bezahlt. Am 30. Januar wurde der ausgezehrte Oppenheimer nach Stuttgart ins Herrenhaus am Marktplatz verlegt, wo man zum Tode verurteilte, bis zur Hinrichtung verwahrte. Man stellte Oppenheimer in einem rot gestrichenen Käfig zur Schau und versprach, ihn zu begnadigen, falls er zum Christentum übertrete. Was er jedoch ablehnte, vor seinem Tod sprach er das Schmar Israel. Mardoch Eischloss, der Vorsteher der jüdischen Gemeinde, durfte ihm Beistand leisten, ein Rabbiner wurde ihm jedoch vorenthalten. Am 4. Februar 1738, dem Tag der Hinrichtung, wurde massive militärische Präsenz gezeigt. 1200 Soldaten regelten den Marktplatz ab, die Hinrichtungsstätte sicherten 600 weitere. Birk erwachen liefen Patrouille und es gab verschärfte Kontrollen an allen Stadttoren. Gegen 9 Uhr morgens trat das 13-köpfige Gericht zur Verkündigung des einstimmig-Gefas-Ten-Urteils im Herrenhaus zusammen. Der zum Skelett abgemagerte Oppenheimer warf sich auf die Knie und bat ein letztes Mal um Gnade, allerdings umsonst. Seine Henkers-Mahlzeit rührte er nicht an. Danach wurde er in den Schinderkarren gezerrt. Den Zug zum Galgenberg außerhalb Stuttgarts eskortierten 120 Grenadiere. Oppenheimer betete unablässig. Die zehn Gebote hatte er sich mit einem schwarzen Schnupftuch um die Stirn gebunden. Auch widerstand er den beiden Geistlichen, die ihn bis zuletzt zum Christentum bekehren wollten. An der Hinrichtungsstätte wurden Tribünen errichtet, eigens auch Buden für Kavaliers und Dames, um vor Sonne und Regen zu schützen. Inmitten des Platzes ragte der zwölf Meter hohe eiserne Geigen auf hohem Fundament empor, der höchste im ganzen Deutschen Reich. Über 49 Leitersprossen musste er erklommen werden. Oben hing ein rot gestrichener eiserner Käfig. Ihn mussten mehr als 50 Stuttgarter Schlossermeister und Gesellen anfertigen, damit sie nach der damaligen Zunftordnung nicht für unnäherlich erklärt werden konnten. Vier Henkersknechte schoben den Verurteilten die Leiter hinauf, wo er oben nicht gehängt, sondern mit einem Strick erdrosselt wurde. Für die Vollstreckung hatte man einen französischen Henker verdingt. Danach wurde die Leiche in den Käfig gehoben und das Gehäuse mehrfach verschlossen. Zur Einschüchterung und Warnung an alle Juden belies man den Leichnam im Käfig, der später zu einer Balkonbrüstung umschmiedet wurde. Da er während des Prozesses geäußert hatte, höher als den Geigen könne man ihn nicht hängen, wurde der 1596 errichte eiserne Geigen des Alchemisten Georg Hunauer für seine Hinrichtung verwendet, im Sinne je höher der Geigen, desto schimpflicher die Strafe. Nach zeitgenössischen Quellen beobachtete eine große Anzahl von Menschen die Tötung auf dem Stuttgarter Hinrichtungsplatz, dem Stuttgarter Galgenberg oberhalb der Thunzenhofer Steigelb, wo heute der Südeingang zum Pragfriedhof liegt. Es werden Zahlen von bis zu 20.000 Zuschauern und einer volksfestähnlichen Veranstaltung mit Buden und Tribülen, Bier- und Weinverkauf sowie dem Verkauf von Flugblättern mit Schmähschriften überliefert. Oppenheimers Leichnam wurde sechs Jahre lang in dem Eisernen Käfig öffentlich zur Schau gestellt. Erst 1744 ließ ihn Herzog Karl Leugen bei seinem Regierungsantritt als seinen ersten Regierungsakt abhängen und verscharren, die Prozessakten. Bis 1918 waren die 7,5 Regalmeter Prozessakten geheim. Ein Einblick zu Forschungszwecken war selbst noch im 19. Jahrhundert nur in einzelne Schriftstücke möglich. Im 19. Jahrhundert gingen die Prozessakten von den damit befassten Behörden in den Besitz des damaligen Königlichen Staatsarchivs über. Seit 1918 ist der Aktenbestand mit der Bezeichnung A48-14. im Hauptstaatsarchiv Stuttgart freizugänglich. Er umfasst sämtliche Schriftstücke aus den Jahren von 1727 bis 1772. Angefangen von den ältesten beschlagnahmten Dokumenten bis zur Auflösung der für das Vermögen Oppenheimers zuständigen Inventur-Deputation im Jahr 1772. Erste Untersuchungen zeigten eine akribische Dokumentation jedes möglichen Verdachtsmomentes und aller Verhörprotokolle. Ziel der Ankläger war die Beweisführung, dass Oppenheimer der böse Ratgeber des Herzogs Karl Alexander gewesen sein musste. Dazu waren alle Mittel recht, so zum Beispiel die Aufforderung zur Denunziation. Die öffentlich verlesen und an den Rathäusern in ganz Württemberg ausgehängt wurde Personen kamen dieser Aufforderung nach. Selbst die Versteigerungserlöse wurden bis auf Heller und Pfennig aufgeführt. Die Prozessakten umfassen im Wesentlichen die Verhörprotokolle und Ermittlungen der Inquisitionskommission, die den nachfolgenden Gerichtsprozess vorbereitet hatte. Beschlagnahmte Dokumente aus den Privatträumen Oppenheimers. Die sogenannten Landberichte, die infolge der öffentlichen Aufforderung zur Denunziation Oppenheimers eingegangen waren. Regelmäßige Berichte der mit dem Vermögen betrauten Inventur-Deputation. Die Akten aus dem Gerichtsprozess mit Urteilsfassung. Punkt. Bis zur Gegenwart wurden die äußerst umfangreichen Prozessakten nicht vollständig durchgearbeitet. Die handschriftlichen und oft zusammenhanglos gesammelten Aufzeichnungen zu entziffern und zuzuordnen ist kompliziert. Damit ist die Quellengrundlage für eine vollständige Beurteilung der historischen Person Josef Süß Oppenheimer wissenschaftlich noch nicht völlig erschlossen. Getrennt von dem spezifischen Aktenbestand des angeklagten Oppenheimer existieren weitere Teilbestände von mitangeklagten Oppenheimers. A48 Eintel Johann Christoph Bühler A48 Sechstel Jakob Friedrich Hallwachs A48 Achtel Professor Johann Friedrich Horban A48 Neuntel Johann Albrecht MEZ A48 Eintel Franz Josef Freiherr von Rimmchingen A48 Dreizehntel Johann Theodor Schäffer Künstlerische und propagandistische Umsetzungen Der Aufstieg eines im Ghetto aufgewachsenen Juden an die Spitze der höfischen Gesellschaft war ein bis ins 18. Jahrhundert noch nie dagewesenes Ereignis. Juden waren enge Schranken gesetzt. Einzig durch Aufgabe ihres Glaubens war es ihnen möglich, aus diesen Grenzen auszubrechen. Oppenheimer gelang das bis dahin Unmögliche, was seine Geschichte schon früh interessant und zum Stoff vieler Veröffentlichungen machte. Aber auch der Triumf des tief verwurzelten Anti-Judaismus sowie antisemitische Sexualfantasien dienten als Vorlage der Rezeption. 19. Jahrhundert 1827 erschien die Novelle Jud Süß von Wilhelm Hauf, die sich weitgehend auf Hörensagen und Interpretation stützen musste, da die Prozessakten erst ab 1919 zugänglich wurden. Hauf befürwortete die Trennung zwischen Juden und Nichtjuden, das Urteil lehnte er aber als ungerecht ab. 1848 entwickelte Albert Duhigg aus Haufs Novelle das Drama Leer, das für die jüdische Emanzipation Partei ergriff. In den Jahren 1872 und 1886 entstand mit den Romanen von Markus Lehmann und Salomon Cohn erotisch eingefärbte, heiligen Kittges. 20. Jahrhundert In Fritz Runges Schauspiel Jud Süß von 1912 war Oppenheimer ein Sittensträuch nach dem Geschmack der Antisemiten. Weltbekannt wurde Lein Feuchtwangers Roman Jud Süß aus dem Jahr 1925, der ebenfalls mit drastischen Liebesszenen nicht spart. Feuchtwangers gleichnamiges Schauspiel von 1918 hatte weit weniger Publikumsresonanz erhalten. Auf dem Roman baute 1934 eine anglo-amerikanische Filmproduktion von Lothar Mendez-Jusüß auf. In der Oppenheimer zu einem Aufsteiger im Sinne des Self-Mademann wird, der sein Volk aus dem Ghetto zu befreien hofft. Es war ein Versuch, mit dem vor dem Antisemitismus im gerade etablierten Dritten Reich gewarnt werden sollte. In Deutschland und Österreich wurde der Film verboten. 1933 bearbeitete Eugen Ordner den Stoff im Sinne der nationalsozialistischen Kulturauffassung für die Bühne. Das Stück beruhte wie auch die Radiooper von Karl Otto Schilling aus dem Jahr 1937 auf Wilhelm Haufs Novelle. In der NS-Zeit wurde nur der antisemitische Ufa-Propaganda-Film Jud Süß bekannt, den Veithalen drehte und der 1940-Uraufführung hatte. Der Film beruhte teilweise auf der Hauf-Novelle. Als Pflichtprogramm für die SS sowie für alle Leiter und Wachmannschaften in den deutschen Vernichtungslagern sollte der Film vor allem dazu dienen, noch vorhandene Skrupel und Hemmungen bei der Verfolgung und Ermordung jüdischer Menschen zu beseitigen. Am Drehbuch waren Eberhard Wolfgang Möller und Ludwig Metzger beteiligt. Veithalen ließ seinen Jud Süß in der Frankfurter Judengasse Hausen, einem Ghetto, das mit Drang voller Enge, Schmutz und Unrat, die negativen Klischees des Nationalsozialismus unterstrich erschien im Ufa-Buch Verlag Berlin J. R. Georges Roman zum Film mit 16 Bildern aus dem gleichnamigen Terrorfilm. Der Film gilt bis heute als übelster Propagandafilm in der Zeit des Nationalsozialismus. 21. Jahrhundert Die 1999 uraufgeführte Opa Josef Süß von Detlef Glanert verarbeitet die historischen Ereignisse und erzählt die Geschichte aus der Perspektive des seine Hinrichtung erwartenden Oppenheimer. Im Jahr 2013 wurde das Schauspiel Der Kaufmann von Stuttgart von Joshua Sobul unter der Regie von Manfred Langner im alten Schauspielhaus in Stuttgart uraufgeführt. Hier wird Oppenheimer als visionärer, kapitalistischer Freidenker dargestellt, der am Widerstand der Gilden gegen seine Reformen scheitert. Seit 2013 initiiert eine Gruppe Kulturschaffende an der Hinrichtungsstätte Josef Süß Oppenheimers, dem Stuttgarter Galgenbuckel. Eine Veranstaltungsreihe, die sich mit dem Ort seiner Geschichte und den aktuellen Veränderungen seiner Umgebung auseinandersetzt, Ehrungen. 1998 wurde auf Anregung der Stiftung Gaisstraße 7 und in Gegenwart des damaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland Ignaz. Bubis ein Platz in der Stuttgarter Innenstadt nach Josef Süß Oppenheimer benannt. Seit 2015 wird im Gedenken an Josef Süßkind Oppenheimer alle zwei Jahre vom Landtag von Baden-Württemberg und der israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs gemeinsam die Josef Ben-Essitscha Süßkind Oppenheimer Auszeichnung für herausragendes Engagement gegen Minderheitenfeindlichkeit und Vorurteile in Wissenschaft und Publizistik verliehen. Erste Preisträgerin ist die in Heidelberg eingetragene Amadeo Antonio Stiftung. Romane und Erzählungen Wilhelm Hauf, Jud Süß In Wilhelm Hauf Novellen Ben Zweite Frank, Stuttgart 1828 Leyen Feuchtwanger, Jud Süß Drei Masken Verlag München 1925 Rolf Schneider Süß und Drei Fuß Steidl, Göttingen 1991 ESPN 3882431997 Helmut G. Hasis Josef Süß Oppenheimers Rache-Erzählung Gollenstein Verlag Blieskastel 1994 Film Ju Süß 1934 Jud Süß 1940 Josef Süß Oppenheimer Dokumentarischer Fernsehfilm im ZDF Deutschland 1983 mit Jörg Pleber und Manfred Krug Jud Süß Ein Film als Verbrechen? Dokodrama Deutschland 2001 mit Axel Milberg Jud Süß Film ohne Gewissen Spielfilm 2010